Herzlich willkommen zu einer neuen Daily Dax US Morning Ausgabe, heute am Mittwoch, dem 16. September 2020. Das heutige Highlight müssen wir wohl gar nicht großartig diskutieren oder hervorheben. Es ist natürlich die Leitzinsentscheidung der amerikanischen Notenbank. Um 20 Uhr mittlereuropäischer Zeit wird diese verkündet und auch viel wichtiger dürfte allerdings auch die darauf folgende Pressekonferenz sein, welche um 20.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt und somit wichtige Informationen zur geldmarktpolitischen Ausrichtung der amerikanischen Notenbank entsprechend bereitstellen wird. Diese Worte können wie immer dazu führen, dass der amerikanische Aktienmarkt beflügelt wird oder womöglich auch enttäuscht, wobei Enttäuschung eigentlich gerade in Richtung US-Wahl eher auf jeden Fall, wenn eine große Überraschung wäre. Kommen wir auf die Märkte zu sprechen und blicken zunächst auf den amerikanischen Dow Jones Index. Dieser muss sich nun entscheiden, nämlich zuletzt die Marke von 27.500 Punkten Pi mal Daumen verteidigt, das heißt der Ausbruch bislang nur. Hier ein klarer Pullback bislang und jetzt muss man nach oben wieder einen altbekannten Widerstand herausnehmen, nämlich der Kursbereich von ca. 28.150, 28.2. Diesen gilt es nun zu überwinden. Wer weiß, vielleicht gelingt das mit der FED? Wenn ja, wäre dies eine Summe wieder positives Signal. Beim Technologieindex Nasdaq auch hier ist letztendlich die Entscheidung noch nicht gefallen. Der starke Abwärtstrend ist hier letztendlich noch immer intakt. Das muss man ganz klar sich vor Augen führen. Meiner Meinung nach erst mit Kursen oberhalb 11.560 respektive 11.630 Punkte könnte sich hier das charttechnische Bild wieder aufhellen und zumindest dafür sorgen, dass es hier nicht so schnell eine weitere Abwärtsbewegung kommt. In Summe ist ja eigentlich noch immer eine mögliche weitere Abwärtsbewegung nicht auszuschließen, aber man sieht anhand des Charts eben dieser Kursbereich um 11.000 Punkte. Der ist eben noch und kämpft. Und genau hier dürfte eben auch in den kommenden Wochen die entscheidende Richtung dann eingeschlagen werden, ob eben die Konsolidierung vielleicht schon abgeschlossen ist oder ob es zu einem Durchbruch kommt und dann entsprechend zu einer Fortsetzung der Kurskorrektur. In diesem Sinne einen erfolgreichen Handelstag.